Schönen guten Tag, wir sind die Doonuts und wir sind hier auf der Peisnitz und spielen hier heute das MZ Music Zone Festival. Wo ist die Peisnitz? Die Peisnitz ist in Halle an der Saale. Als wir vor ein paar Jahren mal hier waren und wir sind eigentlich immer nur auf der Peisnitz, haben wir für einen denkwürdigen Auftritt, den wir damals gespielt haben, in diesem Busch einen Mahn-und-Warn-Keychain vergraben, der uns immer mahnen und warnen soll. Wir werden jetzt probieren, mit einem Spaten diesen Mahn-und-Warn-Keychain wiederzufinden und wenn wir ihn finden, vergraben wir ihn noch tiefer. Wenn wir ihn nicht finden, vergraben wir einen anderen Keychain. Es gab eine große Ansage vom Vomelcher zum Veranstalter. Irgendwann da draußen, du wir brauchen einen Spaten. Warte, einen Spaten? Ja, einen Spaten. Aber so schnell das geht. Und hier ist der, der Spaten. Amor, oder? 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 Ja, wir waren den ganzen Weg umgegraben, da ist nichts zu finden, gut ja auch irgendwie, jetzt haben wir auf jeden Fall zur Festigung nochmal einen zweiten vergraben. Das haben wir nicht gefilmt, damit er nicht ist, wo. Ihr wisst aber wo. Wir wissen ja. Aber vielleicht wissen wir das in vier Jahren nicht mehr. Okay, jetzt haben wir das sehr viel gespielt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.